Unser Punkte verschenken durch unsere Chancenwucher hat einfach mehr Tradition als RB Leipzig. Und dann Moinzen zum Video vorm Spiel am Freitagabend gegen Borussia Dortmund. Die Szene des Spiels. Ja, erst noch Bielefeld natürlich. Kalajdzic nimmt sich die Trage und rennt schnell zu Klos, der zusammengeprallt war mit Schöpf. Schöner Bielefeld-Text danach auch zum Thema Fußball verbindet. Kalajdzic, auch Ersthelfer wurde da genannt, quasi geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine waren im Stadion. Da gab es auch Applaus, auch einen Gänsehautmoment im Stadion. Und natürlich auch Applaus von Klos, von beiden Seiten, logischerweise auch vom VfB-Fanlager. Schirat sich erkündigt danach nach dem Stand von Klos. Den haben sie jetzt auch rausgehauen. Bielefeld, OP, ohne Kommunikation. Er ist bei vollem Bewusstsein. Also auch da nochmal eine gute Besserung. Geiler Auswärts-Support. Ja, die Stimmung konnten wir auch über die Fernsehübertragung sehr gut hören. War sehr geil in Bielefeld. Da ausverkauft, Mainz auch ausverkauft. Und in Sachen Mainz wurde auch die Mottofahrt jetzt ein bisschen spezifischer angegeben. Nämlich mit Kleidungsstil in Vereinsfarben. Also man soll einfach VfB repräsentieren und so. Das richtige Südamerika-Ding bringen wohl die Ultras quasi eh schon selber mit ein. Voted für den VfB. Ja, die Links sind natürlich in der Videobeschreibung drin. Im Sammel-Link wie alles hier, was ich irgendwie nenne. Quellen schießen mich tot. Alles ist am Start. Ihr wisst Bescheid. Der nächste ist ja quasi unser Wettbewerb. Rookie of the Month könnte Mamouche werden. Es geht gegen Lindström und gegen Adli. Also da abstimmen. Und wir haben drei von sechs Posten im Player of the Month Voting für vor allem FIFA 22 am Start. Sosa, Kalajic und Mamouche. Es geht gegen Lewandowski, Angelinho und Nkunku. Es wird nicht einfach. Da muss man eben gucken, für wen stimmt man jetzt ab. Ich habe für Sosa gestimmt. Ich glaube, da ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Aber natürlich dürfen wir am Ende alle sich auf die drei Spieler verteilen, die Votes. Wäre besser, wenn alle gesammelt für einen Voten. Mal gucken. Es wäre halt schon geistig, wirklich mal zu gewinnen. Gerade, wenn man eben drei Leute hat im Voting. Die klaren Dinger machen wir nicht. Ja, ich habe mir mal ein paar Namen genannt von Samstag. Führig, Mamouche, Tomasch, Stenzel, Dinos, Anton. Alles Hochkaräter. Die eine größer als die andere die Chance. Kickern dann 6 zu 1 Chancen gegen Bielefeld. Und dann spielst du da 1 zu 1. Das ist unfassbar. Es ist aber ja auch unbedingt nichts Neues in der Saison. Das hatten wir schon mal, vielleicht auch so bis in den letzten Wochen, das Spielglück verspielt mit den Spielen gegen Gladbach, Augsburg. Und das lasst mir natürlich auch bei Union. Ich hoffe nur, dass man eben solchen Chancen und solchen vergebenen Punkten am Ende halt nicht hinterherweinen muss. Verein für Bescherungsspiele. Ja, eine ganz schlechte Umdichtung von der VfB-Abkürzung. Aber unser Punkte verschenken durch unsere Chancenwucher hat einfach mehr Tradition als RB Leipzig. Das ist einfach so. Es nervt, es nervt komplett. Zwei Punkte gegen Bielefeld liegen lassen, einen Punkt in Hoffenheim liegen lassen, zwei Punkte gegen Bochum liegen lassen zum Beispiel. Insgesamt 14 Punkte nach Führung verspielt. Das ist auch komplett bodenlos. Und eben, ne, lieber Rückstand aktuell. Wir haben es gemerkt, gegen Gladbach, gegen Union, gegen Augsburg, da überall mit Rückstand, das lief irgendwie besser, als wenn wir in Führung gehen. Mit zwei Punkten mehr hätte man sich auch in der Tabelle ein bisschen absetzen können. Wolfsburg aktuell bei 31 Punkten. Jetzt ziehe ich wieder voll mit rein. Nach der Klatsche in Augsburg ziehe ich die voll mit rein. Augsburg eben auch 29 Punkte. Die haben aber noch ein Nachholspiel jetzt heute Abend. Wir bei 27 und eben Bielefeld und Berlin nur noch einen Punkt hinter uns weiterhin. Hat sich ja quasi nichts getan. Bielefeld bei 26, Hertha bei 26. Es hätten aber bei uns halt auch 29 sein können. Vier Spiele ungeschlagen. Ja, ich bringe so ein bisschen die Positive-Vibes zurück. Man muss auch so ehrlich sein. Gladbach Sieg, Union unschieden. Augsburg Sieg, Bielefeld unschieden. Das ist ein guter Trend. Und, was man vor allem eben auch hier nicht vergessen sollte, als geschundene VfB-Seele. Unser letzter Sieg vor dem Gladbach-Spiel war damals im Dezember in Wolfsburg. Also es läuft verhältnismäßig nicht scheiße. Endlich Bonuspunkte? Und damit kommen wir so ein bisschen zu einem BVB-Spiel. Man kann irgendwo das Last Minute gegen Union durchaus irgendwie als Bonuspunkt sehen. Auch wenn er nicht unbedingt unverdient war. Aber so im großen Stil fehlen die Dinger. Auch der Vergleich mit Abstiegskampf-Konkurrenten unten quasi. Wir hatten keine Heimsiege gegen die Bayern wie Augsburg oder keine Heimsiege gegen Dortmund wie die Hertha. Das fehlt komplett. Wir hoffen, dass sich das gegen Dortmund ändern kann. Freitag, BVB. Da war doch was. Das liegt in der jüngeren Vergangenheit, das Ding. Eben auch damals so gesehen Bonuspunkte gewesen. 2 zu 1 Heimsieg gegen BVB 2017 in der Aufstiegssaison. Akkolo und Prekalo mit den Toren. Wir wissen noch, Akkolo, da haben sie sich verschätzt. Bürki und Bartra war es, glaube ich, nach 3, 4, 5 Minuten ganz am Anfang. Dann Ausgleich, Abstauber nach dem Elfmeter für Dortmund. Und dann eben zweite Halbzeit, auch recht früh in der zweiten Halbzeit, Prekalo mit dem 2 zu 1. Damals bei beiden Bänken. Bei uns Hannes Wolf. Und bei Dortmund noch der gute Bosch auf der Bank. Borna ist back. Und damit kommen wir so ein bisschen zu Startelf, ein bisschen zu Kader. Weil er ist zurück im Training. Ich gehe auf mein Fässer davon aus, dass er am Freitag dann spielen kann gegen Dortmund. Kalajcic war zuerst ungleich, jetzt ist es wieder offiziell. Er ist Corona-positiv, fällt damit aus. Das macht natürlich das Sosa-Kambe. Was heißt, es werdet es nicht ab. Aber wenn die Connection nur zur Hälfte da ist, hilft es irgendwie auch nur zur Hälfte. Wenn er eben Kalajcic dann doch nicht hat in der Mitte. So als Cheatcode. Wisst ihr ja Bescheid. Das ist schade. Kalajcic auch in den letzten 5 Spielen mit 3 Toren und 2 Vorlagen am Start. Das wird fehlen. Aber gut, Startelf-Tipp, der schreibt sich quasi von selbst. Nachdem Anton auch mit der 5. gelben Karte fehlt. Haben wir hinten Müller. Wir haben Stenzel, Ito, Mafropanos und Sosa in der 4er-Kette. Davor wieder Karasor als Abfänger quasi. Davor dann Endo, Mangala. Und ganz vorne schiebt eben Führig ein bisschen nach oben quasi. Bisschen offensiver dann in der Aufstellung. Führig, Tomasch und Mamusch. VfB-BVB-Connections. Da gibt nämlich einiges, ne? Im Sommer, Kobel von uns zum BVB gewechselt. Mangala war mal in der U19 beim BVB. Auch Stenzel war mal beim BVB, habe ich herausgefunden. Karasor auch mal beim BVB 2 gewesen. Gerne in den Kommentaren, wenn ich noch so vergessen habe, das Kleidschgerücht, dass er vielleicht Haaland ersetzen könnte, zu teilen im Sommer. Mal gucken, dass er so lange dran ist. Auch heute ganz frisch reingekommen. Scheinbar wollte er ein bisschen, hat Summer holen als Sportvorstand. Hat er abgelehnt. Er will nicht so tief ins Tagesgeschäft rein. Auch wegen seiner Erkrankung, ne? Oder wie ich sage, Krankheitshistorie, sagen wir es mal so. Und die andere ist auf der Trainerposition. Weil Favre haben wir damals rausgeschmissen quasi beim BVB mit dem 1 zu 5 damals. Und laut dem Bildbericht hockt auch Rose natürlich nicht so ganz tief im Sattel mehr beim BVB. Scheinbar gibt es auch da die Möglichkeit, wenn er wirklich verlieren würde am Freitag gegen uns, dass vielleicht auch Rose raus muss. Da ist sowas von was drin. Denn der BVB ist natürlich aktuell ein bisschen schwächer drauf. 1 zu 4 Klatsche gegen Leipzig. Aber wie Sie das Saison gesehen, das Meisterrennen ist durch. Euroleague sind sie raus. Pokal sind sie raus. Und auch die werden uns, siehe Leipzig-Spiel, die Räume geben. Wir werden mit Tempo gefährlich sein können. Man muss dann eben aber verdammt nochmal eiskalt sein. Sonst wirst du wieder mit keinen Punkten rauslaufen wahrscheinlich, ne? Weil der BVB wird auch bei uns punkten können. Dafür ist die Klasse zu hoch. Die sind immer noch Zweiter in der Bundesliga. Die Hütte ist voll am Freitag. Es wird eine wahnsinnige Stimmung. Alle bekommen Flaggen. Auch quasi heute rausgekommen bei VVB getweetet. Es wird ein weiß-rotes Fahnenmeer. Sehr, sehr nice. Und auch BVB hat die STN berichtet. Hat sich 5600 Karten geschnappt, in Anspruch genommen, ausverkauft. Sehr, sehr stark. Da muss man einfach an was glauben. Dass da am Freitag was geht, muss man dran glauben. Ich tippe auf einen Punkt oder ich hoffe mir einen Punkt, weil ich mich nicht auf noch mehr hypen will. Ihr könnt euch auch wieder abstimmen im Community-Tab Sieg-Unschieden-Niederlage. Gleisbauarbeiten am Spieltag. Ja, das ist Stuttgart at its finest mal wieder. Ab 23 Uhr sind die Gleise 1 bis 4 gesperrt. Wir wissen, Ampfiff 20.30 Uhr spielt es so etwa um halb elf vorbei grob. Oder die ersten werden da so raustrudeln nach Ampfiff. Spannend. S2, S3 halten nicht zwischen Tübert Hauptbahnhof und Fellbach. S1 hält auswärts nicht zwischen Hauptbahnhof und Esslingen. Und einwärts entfällt der Halt in Bad Cannstatt. Super geil. Und damit bin ich raus von diesem auch mal ein bisschen gefüllteren Vorbericht, würde ich mal sagen. Ich habe sehr, sehr Bock auf Freitag. Hoffentlich ist da wirklich was drin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.